Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Ulm und Neu-Ulm. Hi, willkommen im Mediamarkt Friedrichshafen. Heute stellen wir Ihnen vor Sonos, ein Multiroom-System, das bedeutet Musik in jedem Raum. Das hier ist das Herzstück des Ganzen. Damit können wir jeden Sonos-Lautsprecher in jedem Raum ansteuern. Über die Playbar wird Surround-Sound vermittelt, daher links, rechts und in der Mitte jeweils ein Lautsprecher verbaut ist. Da wir es gerade von Multiroom-System haben, dieser Lautsprecher eignet sich ideal fürs Bad, da er spritzwassergeschützt ist. Wie bei herkömmlichen Systemen gibt es natürlich auch im Multiroom-System-Bereich verschiedene Lautsprecher, in unserem Fall der größere, mit deutlich besserem Klang. Als Bedienelement für ein Multiroom-System kann jedes Handels übliche Tablet oder Smartphone verwendet werden. Auch im Multiroom-Bereich darf der Bass nicht fehlen, dafür sorgt der SAP natürlich auch wieder kabellos. Falls noch Fragen zum Multiroom-System sein sollten, kommt vorbei beim Mediamarkt eures Vertrauens. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Tschau! Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wurde Ihnen präsentiert von Mediamarkt aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Ulm und Neu-Ulm.